Alles Fassade Alles Fassade. Eine Fassade gewährt Einblicke oder sie verwehrt Einblicke. Eine Fassade kann einen Eindruck erwecken, der im Inneren nicht gehalten wird. Hier zeigt David Murray eine selbstgebaute Fassade, eine Kulisse, die im Film All You Want eine Rolle spielte. Und zwar symbolisiert in diesem Film ein Hotdog, ein außer Kontrolle geratener Hotdog, das Verbrechen. Er wird gezeigt mit Blaulicht, mit Tönen von Schüssen, von Polizeisirenen. Und er will dadurch die Frage stellen, inwieweit an einem Konsumgut Verbrechen haftet. Das heißt, wir wissen nichts über dessen Produktionsmethoden, unter welchen Arbeitsbedingungen es erzeugt worden ist, unter welchen Belastungen es bis zu uns den Weg gefunden hat.